Ich habe meinen Sohn im neunten Monat in meiner Schwangerschaft verloren. Ich war beim Ultraschall und dort kam dann eben raus, dass es keinen Herzschlag mehr gibt. Für mich war das Schwierigste wieder in ein normales Leben zu kommen. Wir waren in Trauer, aber da waren auch ganz viele andere Gefühle, Wut, Neid auf andere schwangere Frauen. Dazu kommt natürlich, wir mussten eine Beerdigung organisieren. Das war für mich sehr, sehr schwierig, weil ich auch das Gefühl hatte, das Thema wird verschwiegen in der Gesellschaft. Also du hast da nicht wirklich Ansprechpartner, die dir zur Seite stehen. Man muss danach suchen. Besonders hilfreich, habe ich gehört von anderen Klientinnen, ist dieses Armband. Das gefällt mir sehr gut, weil dadurch auch mein Umfeld sehen kann. Ja, da gibt es eine Geschichte. In unserem Projekt Trauerberatung für frühverwaiste Eltern bieten wir Beratungsgespräche an für Eltern, die ihr Kind verloren haben. Als Unterstützung, um die Trauer bewältigen zu können. Ich bin danach dann nochmal Mama von zwei gesunden, lebenden Kindern geworden, die ich jetzt an der Hand habe und mein Sternenkind uns trotzdem begleitet und ich es im Herzen habe. Immer. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5000 Euro gehen an zwei Lose mit den Inziffern 32 73 789 und 13 93 322. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Inziffern 30 47 740. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Du bist ein Gewinn.